Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Ich habe einige Zeit mit einem gesundheitlichen Problem Pause gemacht, also eher Klinikaufenthalt und Schmerzen aushalten. Bin dann zurück und habe noch ein paar Leistungs- und Absturzprobleme gehabt hier in Last Epoch. Ich habe dann schief als Experiment doch mal ausprobiert und hatte dann Probleme mit Auflösung, Optimierung und alles. Aber jetzt geht es weiter und deshalb bin ich jetzt auch schon beim anderen Charakter wieder, wo ich ja vorvorher gespielt habe. Der Bluthammerdien-Bild. Und das, weil ich einfach keine Resistenzen mehr gut hatte. Also ja, ich weiss ja besser, Item heisst halt auch Resistenzen irgendwie weg oder nicht optimiert und so Sachen. Und ja, sonst würde es zu lange gehen. Und ich habe geplant, ich werde öfters Last Epoch auch streamen und dort einfach die Sachen optimieren und auch ein bisschen grinden. Ja, es wird trotzdem sehr viel Spaß machen. Ich kann mit euch reden, ihr könnt mir vielleicht Tipps geben. Ich kann euch Tipps geben, vielleicht können wir auch zusammenspielen und so Sachen. Das ist, ähm, ja, ich schaue immer, dass es genug Spaß bei euch macht. Dass ich auch vielleicht ein gutes Ding habe, Thema. Ja, und ich habe gestern Abend gerade noch mit Lukas einen GTA Rollerplay-Server aufgemacht, oder? Ähm, weil wir den Alten ein bisschen verloren haben. Der Hoster ist leider, ja, ein bisschen insolvent geworden. Das funktioniert halt einfach nicht mehr so gut für so Hoster, wenn sie nicht gut genug sind oder genug Werbung machen können. Und ja, ihr kennt es ja vielleicht von meinem Kanal, der ist ja auch noch zu klein und kann, ich kann keine Werbung machen, werde aber auch nie Werbung machen. Also dürft ihr auch gerne ein bisschen unterstützen und damit ihr einfach auch keine Werbung sehen müsst und so weiter. Ja, mir mal ein bisschen helfen. Würde ich gerne, ja, sehen, aber es ist natürlich nicht gezwungen. Und ich sage, also, ich will euch nichts zu zwingen, weil eben ich kann recht viele gute Projekte und so Sachen machen. Ich brauche aber einfach auch mehr Hilfe, ja, weil das Spiel abstürzt und so Sachen. Es klappt immer noch nicht gut. Ja, das Spiel ist bei uns schon ein bisschen mehr. Aber wenn wir, zum okehlein querer weitermachen, weil du noch mehr gut probablemente mit dem Kopf thicket wird ja nicht. Also, dann wird das Spiel vollstellt. Und zwar schon seitdem, seitdem der sich umher0 épisode military hat.